Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video von mir. Euer Brawl Brawl ist wieder back, Leute, nach einer längeren Pause. Und zwar wisst ihr ja, dass ich in Paderborn war, meine Familie besuchen und Freunde besuchen. Jetzt bin ich wieder back in Berlin, in meinem Zuhause, zurück für euch am Start. Wir switchen auf jeden Fall rüber zu Brawl Stars. Let's go! So, also Leute, was euch verpasst, ich war lange Zeit nicht mehr in Brawl Stars drin. Was geht hier ab, Digga? Doppelte Ehrgeist hier direkt drin. Okay. Sonst, was gibt es hier im Shop? Gibt es irgendwas Neues, ein neues Angebot, Märzbeginn-Angebot, okay. Joa, ein wildes Angebot. Hier haben wir direkt auch, oh, Gadget und auch Starpower für den neuen Brawler, Colonel. Sollen wir uns die ziehen oder nicht? Ich weiß nicht, Digga. Schmeißt drei Sandsecker aus Schlachtfeld, die ihm als Deckung in jeder Sandse... Doch, das machen wir direkt, Bruder, das bockt. Das ist geil. Einfach eine Deckung kurz herzaubern. Okay, warte mal. Sollen wir direkt mit Colin einmal reingehen oder wen anders nehmen wir? Ich habe ihn auf Low-Trophäen immer noch. Ich muss ihn auf jeden Fall noch pushen. So. Komm, wir gehen einmal rein mit Doppelte Ehrgeist. Solo-Shotdown mit ihm. Let's go mit Gadget erstmal einmal hier ausprobieren. Sonst, Leute, was geht ab? Ey, ich hoffe, ihr habt es gestern mitbekommen. Und zwar hatte ich für 2400 Euro bei Moist in seinem Livestream gestern auf Twitch mir zwei Pokémon-Packs based at First Edition. So gesehen gekauft, die er dann in seinem Stream öffnet oder geöffnet hat. Was er gezogen hat und so weiter, zeige ich. Also werdet ihr noch sehen. Ich werde das auch auf meinen Hauptkanal auf jeden Fall hochladen. Ach, du Scheiße. Ich stelle sie mir gestorben. Was passiert? Alles kurz connected an mich von Jesse und RIP. Nice. Auf jeden Fall, Leute, wir haben nicht Glurak gezogen. Wir haben nicht Glurak gezogen, Bruder. Wir haben unser Geld auf jeden Fall nicht rausgeholt, was wir reingesteckt haben. Sehr, sehr schade auf jeden Fall. Warte mal. Oh, warte, komm, mit Piper. Darauf habe ich Bock, Digga. Bruder, Piper. Bro. Komm her, Digga. Wie lange geht die Season noch? Boah, noch sechs Tage, Digga. Ich habe Original die Season so wenig gepusht. Alter. Bro. So wenig. Unglaublich. So. Auf geht's. Wir werden heute Abend wieder livestreamen auf Twitch, Fortnite. Seid auf jeden Fall dabei. Erster Link in Beschreibung, falls ihr euch auf Twitch folgt. Auf jeden Fall machen. So. Ach, Digga. Komm, jetzt bleibe ich auch an ihm ran. Komm. Jetzt bleibe ich auch hier. So. Komplett Hops genommen. Komplett, Bruder. Oh. Was war das? Das war E-Gadget. Ja, Mann. So, kurz hier aufgesprengt. Nein. Nein. So lost von mir. So schlecht. Bruder. So schlecht. Aua. Das war so dumm. Ich dachte irgendwie, die Range wäre nicht so weit. Aber Bro, die Range von B ist fast genau dieselbe wie von Piper, Alter. Unglaublich dumm. Ach, Digga. Aber. Ach, Bruder. Nochmal. Komm. Jetzt mit Ansage erster, Leute. Mit Ansage jetzt. Bruder. So wie auch gestern mit Ansage Glurak. Kapper. Digga. Hätte ich Glurak gezogen, ne? Hätte ich einfach so 40.000 bis 50.000 Euro gehabt mit der Karte. Geisteskrank. Also wirklich geisteskrank. Bruder, ich glaube, ich habe gerade lost. Er kann mich hier schon ran pullen, wenn er will. Ach, Bruder. Bruder, ich sage gar nichts. Ach, du Scheiße. Digga. Was war das? Er hat da einfach gewartet im Busch der Achtel, Digga. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Also. Dass der Typ da einfach wartet, Bro. Ach, Digga. So lost. Mach doch nicht so, Bruder. Was soll denn das? Guck mal. Er hat direkt. Er kommt jetzt auch hochgejumpt. Komm. Warte. Du brauchst nicht warten, Digga. Worauf wartest du? Guck jetzt. Jetzt hat er dir einen Powergip geglaubt, Digga. Guck jetzt, girl. Was hast du jetzt erreicht? Ach. So. Guck mal. Also richtig lost, wie er gewartet hat. Ach, Bro. Komm, du musst jetzt wegjumpen. Hoch-Auto-Amp-Schuss war gerade gut. War sehr gut geämpft gerade, ne? Leider nicht getroffen, aber trotzdem. Der Aim war top vom Auto-Amp-Hit. Ey, hört auf, mich zu sandwichen. Macht nicht so. Komm, wenn du jetzt wieder... Ach, Bruder. So lost, der Typ. So lost, der Daryl. Komm, warte, bitte. Ich muss ihn holen. Ja. Und ihn auch. Geil, Digga. Karma. Sehr nice. Boah, das sind die ersten beiden, die erst gestorben sind. Was? Das heißt, es ist noch viel möglich, Leute. Es ist noch viel möglich in der Runde. Sehr viel. So, er ist auch tot. Aus. Geweck auf, jetzt auf mich zu werfen. Ach, Digga. Warum nicht auf mich, alle? Warum? Bro. Warum? Ach, Digga. Ich muss kurz vorladen. Das wird eine sehr eklige Runde, Leute. Und das war's. Ich bin gut. Das war der Fehler. Der eine Fehler, den ich gemacht habe. Und das war's. Ach, Bro. Ich bin so schlecht. Digger, wir gehen jetzt einmal rein mit Terra. Wegen den... Wo ist meine Terra? Terra, Terra, Terra. Da ist meine Terra. Wegen den neuen Gadget. Let's go. Ich muss es doch wenigstens einmal schaffen, Erster zu werden jetzt hier. Nach der längeren Pause. Komm. So lost. Okay, Leute. Wir machen das jetzt nochmal. Ich schreit mich immer tiefer in die Scheiße. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, Erster zu werden, dann... Bro, dann gebt einen Daumen nach unten. Oh mein Gott. Okay. Ich muss jetzt Erster werden jetzt. Bro, wenn ich es schaffe, müsst ihr alle einen Like da lassen. Und wenn nicht, dann lasst einen Daumen nach unten da. Wenn ich es nicht pack jetzt. Okay. Boah, wer jetzt auf mich gejumpt, ich schwöre, er jetzt... Boah, Digger, der Edgar hat acht Stück. Woher hat er so viele Baucubes, Bro? Was hat der Typ gemacht? Komm, mieser Fight unten. Mieser Fight. Ich habe jetzt auch sieben, Digger. Alles easy. Ich bin im Sandwich-Tisch und den beiden Ekligsten hier. Crow und Edgar. Ganz, ganz schlimm. Gut gerade gedeckt. Das macht der Brook hier. So verdient, ich schwöre, der hat mich so eklig aufgeregt. Ganz Zeit. Komm, springt der Edgar? Wenn... Wenn ja, ich bin ready. Ich bin sehr bereit. Ja, erster. Wir haben es gepackt. Let's go, Leute. Lasst alle Like da. Alle einen Like da lassen. Sehr nice. Ich habe nochmal mit dem letzten Game alles auf voll Risiko gemacht. Aber zum Glück wenigstens das letzte Game gepackt, Leute. In der Stelle beendet ich euch das Video. Ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend auf Twitch. Live in Fortnite. Und ja, man folgt mir auf Twitch. Falls ihr keinen Twitch habt, macht euch Twitch. Einfach im App Store runterladen oder im Play Store. Kostet nichts, Leute. Und gebt dort meinen Namen Dennis Bro ein. Nicht Broil Bro, sondern Dennis Bro. Und ich würde sagen, das war's. Und wir sehen uns später. Haut rein, Toto.